ja was geht heutiges thema wieder so ein virus wenn man hetzt um so ein richtig abpackter virus ihr kennst halt neues textdokument wie immer dann gebt ihr das ein ich muss mich nicht verschreiben ist wirklich recht simpel wie die beiden anderen mit zwei minuten mindestens und hier kommt beliebiger text weil das wird nämlich so ein virus jetzt nicht zerstörter neuem pc sondern nur mega abpackt hier kommt zum beispiel keine ahnung jetzt schon was ihr wollt du opfer dun ja das ist das neueste wort das ist jünger diga beim speichern also wenn ihr das geschrieben hat das ist die zahl diga das ist nichts dann dann speichern unter virus und bs textd nix berthi oder sonstigen zeugs und wenn es fertig hat er sieht es so komisch aus also ich zeige euch jetzt wie das geht also was der macht wenn ziemlich ab weil ein fenster konnte es nicht mehr schließen kannst gar nicht mehr das ist okay das verpüßt sich aber nicht das kannst du drücken wie du bist selbst auf das ist das kannst du schließen oder mit dem task manager kann man das natürlich machen etwas probieren okay wir sind das manager kannst du schließen aber das dürfte ja nicht verraten oder ich suchte jemanden aus der sich nicht mit pcs auskennt so fertig irgendwie so ältere personen oder neuere keine ahnung ja das war es mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das gefallen wie immer abonnieren teilen liken und glock aktivieren